Das darfst du unbedingt nicht verpassen, denn hier ist etwas drin, was viele von euch schon lange suchen. Inso gut wie jedem Gaming-Setup darf eins nicht fehlen. Und ja, ihr ahnt es schon, das befindet sich in diesem Karton. Es ist ein neuer Gaming-PC. Ihr müsst wissen, mein alter Gaming-PC war überhaupt nicht gut. Und hier habe ich einen ganz besonderen, mit tatsächlich einer 4060 Ti. Ich glaube, ich träume. Doch an dem PC ist etwas ganz Besonderes, was es erfahrt ihr nachher. Denn nach ein paar Leistungstests muss ich natürlich erstmal das Wichtigste gucken. Wie viel FPS habe ich in Fortnite? Und tatsächlich waren das ungefähr 500. Was natürlich cool ist, aber leider wird mein Skill dadurch nicht besser. Naja, selbst mit 500 PS kaum bei mir nichts mehr retten. Das Spiel erlebt es jedoch schon, denn neben meiner 4060 Ti sind noch andere gute Bauteile verbaut, die in meinem PC davor nicht so wirklich drin waren. Doch was ist denn jetzt das Geheimnis hinter dem PC? Und zwar, ist es ein Fertig-PC? Doch hey, nicht weiter swipen. Dieser PC kostet nur 999 Euro und ist tatsächlich günstiger, als wenn man ihn selber zusammenbauen würde. Mit sogar noch den zwei Extraspielen dürft ihr euch dieses Black Friday-Angebot bei Case King nicht entgehen lassen.